Willkommen zu einer kleinen Runde von Tetris und ja, jetzt gucken wir, jetzt geht's auch schon los. Genau. Mit dem H-Kick. Jawoll. Ingame-Namen in Tetris ein bisschen anders als meine anderen, aber na gut, ist jetzt auch nicht wichtig. Nehm ich jetzt mal an. Ja, so wichtig ist es jetzt wirklich nicht, das stimmt. Ne. Boom. Und zack und zack und zack und zack. Ja, der Ita hat gerade echt einen guten Lauf. Seit ein paar Tagen, Wochen, Jahren, eh, ja, ne. Wochen auch eher nicht, aber echt zack. Die letzten paar Tage war ich richtig eigentlich relativ gut. Kann man nix sagen. Ja, keine Ahnung, wo anfangen ich das? Ohne Scheiß, das war das erst mal, dass ich Tetris gespielt habe, ne? Es ist, es mag zwar unglaubwürdig klingen, aber ohne Scheiß ist es wirklich so. Aua. Back to back, Tetris. Ja, fick, aua. Ja, danke. Ah, ich musste den scheiß grünen Stein failen. Eeejo. Nein, fail und raus. Ja. Ach, ne. Bam, da hast du erst mal. Schön, René. Jawoll. Hackheck. Hackheck. Boah, guck mal, was der Arsch da für eine Line unten drunter hat. Bam, so macht man das. Wie, minus sieben, was soll der Scheiß denn? Hallo? Das ist jetzt auch schon, was weiß ich, wie viel hitzeste Match hintereinander. Ja, aber echt. Sechzehnte, nee, zwölfte. Äh, ja, aber wir sind ja schon länger am zocken, wie das jetzt. Naja, wir hatten insgesamt jetzt bestimmt, ich hatte mir jetzt 30, 40, so einen Dreh. Jo, haben ja mal jetzt die Räume gewechselt und doch, da haben ja schon davor einmal heute Morgen gezockt. Ja? Du? Hab ich schon mitgezockt? Ja. Ja. Warte mal. Ah ja, stimmt. Hast du? Alles klar. Jetzt überlegen. Du playst es ja. Äh, ich hoffe, Camtasia macht das hier keine Scheiße. Aua, Mann, ey, was soll der Mist. Ich hab mich gerade so scheiße verbaut, also nicht wirklich verbaut, aber es hat mich, äh, was ein bisschen gekostet. Back-to-back-Tetris. Ach, was weiß? Ne, das noch nicht mal, aber, ähm, ich konnte meine danach von den darauffolgenden Steine nicht richtig setzen. Oh, was? Weil ich, äh, meistens gucke, also oben links gucke, äh, oben rechts gucke. Ja. Äh, also, ne. Back-to-back-Tetris. Äh, und dann, ja, gucke ich, wie ich die Steine da hinsetzen kann. Mhm. Ja, so unsere, ähm, Tetris-Spielstile. Back-to-back-Tetris. Ja, sie unterscheiden sich halt sehr viel, also, Demenz, ja, Demenz, ist klar. Ja, ich hab Demenz gesagt. Ja, ich hab Demenz gesagt. Ja, du bist doch dumm. Hurry up. Oh, ne. Du hast ein krasses Krankenhaus. Ja, ich hab Demenz. Ja, ich hab Demenz. Äh, iiii. Nein, 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 du gehst davon. Wieso? Wieso hab ich davon nix gewusst? Äh, ich hab's jetzt 20 Mal gesagt. Nein. Oh, nein. Dann hab ich halt Alzheimer. Ja, genau. Ich hab Demenz, du hast Alzheimer, so muss das sein. Triple. Super. Ich würd mal gern wieder hier runter. Jaaaa! I turd it into a set curve. Hoäau. Hoo. So, und jetzt, äh. Boah, ich bin schon, da dachte ich war heute Morgen noch Rang 7. Ach, die Musik geht ja auch lauter, ist ja nice. Ah, nee. Nee. Machst du nicht so laut, dass ich die höre? Ja, das war gerade extrem laut. Aber ich habe nichts gehört. Oh, Hilfe. Hab ich doch lieber leise gemacht. Mir sind die Ohren weggeplatzt. Echt? Ja. Ich hatte die Lautsprecher auf 50% und da hatte ich Mozilla auch noch mal gerade mal auf 20%. Oh. Das kam mir auch schon relativ laut vor. Oh, guck, wo der hängt! Ähm, und was dieser Knock da macht? Weiß ich nicht, der macht, glaube ich, noch gar nichts. Nee, nicht ganz. Oh, komm, komm mal den Kacknock mal raus. Tschö. Ach, der Knock macht gar nicht mit? Nee. Der ist zu spät gejoint. Ah, das gejoint. Oh, nee, nein, halt, stopp, der gehörte da nicht hin. Oh, Mann. Mach echt Fail, also echt Vorliebe für Fail. So muss das sein. Ja, genau. Ja, genau. Wow, was ist das hier für eine Scheiße? Aber was ich noch erwähnen wollte, falls mein Mikrofon knackrauscht, sonst irgendwas macht, möchte ich mich auch für entschuldigen. Das ist nur ein Schrott-Top. Der arme Schrott-Top. Na, na, warum nicht? Pass auf, ich verliere das noch. Ich kriege das hin. Pass auf. Ja, das kriegst du hin. Das würde ich dir auch gönnen, und dann würde ich beginnen. Ja, du gehst los, I hope. Ich hab mir sowas auch nicht zu sicher sein. Ja, das war nämlich eben mein Fehler. Und dann hab ich... Ah, fuck, ich seh nix mehr. Egal. Plus 4, chillt. Plus 123. Schön. Ja, ich hab's nicht bekommen. Wonderful World Hug. Gucken wir mal, wie wir aufgenommen haben. Oh, noch nicht mal 600 Minuten, chillt. Wolltest du sagen, lange kann's nicht sein. Na, 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 na. Aber jetzt wird der Knopf doch mit, oder? Ja, jetzt dürfte er entweder... Oder er hat auch gedrückt. Sit out next match. Aber ich fange schon super scheiße an. Ja. Danke. Was? Nein! Oh, verdammt. Okay, jetzt muss ich überlegen. Na, komm. Ich sag's doch, Vorliebe für Fehlz, die Allee. Meine Fresse. Schwergott. Ja, ja, René. Ja. Das ist schon lustig. Ich hab' ich ne Vorliebe für Fehlz, das ist ganz ehrlich. Ja, immer und immer wieder. Ja, ja. Einer nach dem anderen. Aber ich brauch' hier grad nur Scheiße. Ja, mach' ich immer. Und dann lass' ich mich auch nicht mal in Ruhe meine Scheiße hier machen. Ich stör' mich immer dabei. Nein. Hm. Nein. Double. ich kämpfe schon wieder um leben und nein da so ein fight für das essen ist er hat das ärztlich geschaffen es haben wir aufgegessen ja hat die dort sieben minuten 20 ist mir aufgefallen ja jetzt bin ich raus ich könnte auch welcher machen und diese lässigen sieke ausmacht und setzte und achte da macht man das mal gerade hier Prozent Prozent es denken die Zinsfall da haben wir von 60 vor mir ist 22 oder mehr achte es muss noch so ein bisschen leiser dringen ich glaube ich muss meine Musik ein bisschen lauter drin Ja, also die Lautsprecher sind auf 100%, aber Mozilla habe ich gerade mal auf 7. Nein. Jetzt auf 12 und jetzt falls ich mir schon die Hohen denke. Ich höre mich nicht mal selbst reden. Oh, das ist gut. Also nicht mehr viel. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ja, das hoffe ich auch, dass man nicht zu laut ist. Denn sie ist doch extrem laut. Ich nehme, also höre ich, tue ich sie nicht. Alles kaputt. Tetris. Ach, verdammt, war der Falsche. Geh weg. Ah, nee, die Snocke kann nicht genau. Alter, ich glaube die Mucke ist zu laut. Oh man. Ja, ich kann das nicht abschätzen. Nee. Aber die ist auf 20. Ja, gut. Nein. Nein, ich kann nicht gebrauchten Steinen. Immer noch nie eigentlich, aber egal. Aua. Na. Ähm, ja, sieht sehr schön aus. Triple. Ja, ja, aber die sieht immer schön aus. Ja, guck ins, seh das an. Schön. Der Turm wird immer größer. Ja, so, ach komm, geh doch nach hinten. Tetris. Hurry up. Was, hurry up. Laber nicht. Tetris. Habt ich nicht gehört. Chitos Musik ist zwar an, aber hör ich nichts von. Alter, geh doch dahin. Back-to-back-Tetris. Boah, da kam gar nicht so lange. Ach du, du warst, dann weiß ich nicht. Ey, wir waren die letzten. Aber ich kann nicht gemerkt. Ich bin so verpeilt, wegen der Musik ist ja gar nichts. Ja, ich mach dir noch was lauter. Muss sein. Ah, so muss das sein. Ich hab keine Ahnung. Ich mach's mal lieber was leiser. Ich weiß jetzt nicht, wie laut die ist. Also, ne Aufnahme. Was macht dieses Knop da schon wieder? Boah. Komm, geh, wehe, geh, geh, geh. Ich wollte schon sagen, wehe, du gehst zum Hark, dann kriegst du aber... Nein, jetzt hab ich meinen Tee zu sagen, Knop verschwendet. Ich hasse sowas, wenn die dann auf einmal doch nicht da sind. Das ist total assi. Was extrem scheiße. Back-to-back-Tetris. Da muss man nämlich immer erst recht warten. Mit dem Stein abgeben. Ich mein, wir... Aber jetzt macht er, ja super. Das legt mich so auf. Boah. Kuss, der bekommt... Ah, 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 ah. Sorry, Eid, tut mir leid. Ja, jetzt war er fast ganz unten angekommen, da wechselt den Stein. Triple. Ja, jetzt ist er tot. Tja, ich würde mal sagen, das kommt davon. Hurry up. Ah, nein, das ist nicht gut hier gerade. Double. Ja, warum krieg ich hier gerade Lines so ne... Also, warum hab ich hier so viele Lines gekriegt auf einmal? I don't know. I don't do it. Ich wusste gerade, dass ich dich noch so halbwegs verstehe. Ah. Nein. Ich muss mich hier übel über Wasser halten, Junge. Ach, verdammt. Hm. Ah, okay, ich bin raus. Nein, nein, nein. Ja, so sieht dann aus, Junge. Lol. Hör mal, Alderson. Dö-düm, 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 dö-düm. Da muss ich mal auf jeden Fall runterladen, weil sonst überlebe ich ab dem Meer hier. Alles einfach zu geil. Kann ich ja gleich mal geben, wäre das zu gut. Jo. Ich weiß, ob das so dein Geschmack ist, so japanisch, music, chinesisch. Ah, Junge. Fiel einfach nice, keine Ahnung. Mir gefällt sowas. Alter. Du hast auch japanisch, music. Hm? Du hast auch japanisch, music. Ja, du nicht. Sollen wir mal den, den Loop da vorne, den da platt machen? Oh, no. Also, ja, klar, natürlich. Ja, aber ich... Ja, schon wieder macht der Typ, ey. Back-to-back-Tetris. Da kriegt er von mir jetzt einen Tetris, der Sack. Ja, ich bin dabei. Ja, komm. Ja, lange, danke. Danke, dass du auch mal kommst. Ja, super, Triple kommt raus. Alter. Wer, wer, ja, fick dich. So muss das sein. So muss das sein. Scheiß, willgehr, Sprache. Back-to-back-Tetris. Sorry. Ja, was? Ja, das war auf jeden Fall, war noch bei dem. Und auf einmal meinte das scheiß, um springen zu müssen. Double. So, und tschüss. Hat verloren. Tschööö. Ja, minus 64. Alter, bist du eigentlich Rang 11? Alter, geht das ab, Junge. Du bist schon die ganze Zeit an Rang 10 dran und ich bin jetzt schon fast Rang 11. Ja, du hast bei Rang 7 angefangen jetzt heute Morgen. Ja, wir haben dieses Speed-Up-Item gekriegt. Das Item mag ich. Ich glaube, jetzt habe ich das mit der Lautstärke übertrieben. Schau dich nicht mehr gut. Überhaupt nicht. So, mach leiser. Stimmt, hört mich ja nicht. Aber ich muss sagen, ich baue Scheiße. Ja, so ich auch. So ein bisschen. Vor allem muss ich jetzt wieder richtig aufpassen, wo ich meine Lines hingebe, weil jetzt viele hier sind. Vor allem muss ich aufpassen, dass ich nicht gegessen werde. Ja, die Runde kann ich mir sonst wohin stecken. Das geht gar nicht mehr. Oh, schön war es, das andere. Ja, toll. Ja. Ich habe den vor allem mal angeschrieben, als du essen warst, aber als wir Farb jetzt mithilfen, er hat gesagt, eher nicht. Ich hätte gelitten, wenn er nicht mit solchen Ober-Mega-Hacker-Typen hier sprechen will. Wir können ihm noch was beibringen in Tetris. Verdammt. Boah, wie laut man hört das. Die Tastatur am drücken, ein bisschen. Bamm, bamm, bamm. Oh nein. Es muss nicht sein. Ich glaube, die habe ich jetzt alle auseinander geschissen hier. Naja, naja. Mehr oder weniger. Du bist auf jeden Fall, ja, der, ich finde, der Marzariel, der ist am besten dran. Hm. Ach du Scheiße. Ja, schön, Eid. Jawoll, schön, der Eid. Ja, ja. Und jetzt haut dich, oh, eh, doch nicht da hin. Schön. Nein, oh. Bamm. So sieht das aus hier. Nicht so laut, bitte. Du fährst immerhin meine Ohren weg. Ich höre dich immerhin auf sieben Lautsprechern. Ja, ich, äh. Bumm. Und dann dieses Tastenge... Ja, ja. So, like, like, gedöns und so. Alter, wie viel hast du jetzt schon aufgenommen? Äh, gleich 20 Minuten. Tschüss. Jo. Ja, ich, äh, will aber dann... Oh, ja, das war jetzt nicht beabsichtigt. Und noch mal Scheiße dabei. Das war natürlich jetzt ein bisschen blöd. Hallo, was wollt ihr von mir? Nein. Tetris. Na gut, ich glaub, was ihr von mir wollt, ist klar. Ne, ich glaub, ich hab Scheiße. Aber ich will das nicht. Ich auch nicht. Ich möchte nicht, dass der Huck defeated wird. Oha. Naja, das war nicht so doll. Alter! I will... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alter, ich ging innerhalb von 5 Sekunden. War ich 20 Meter höher? Ich hab's gesehen. Ey, ihr könntet schon alle malen, ey. Ah, okay, das war schlau. Ah, nicht schlau gemacht von mir. Servo. Schön wär's, wenn's schlau gemacht war. Ja, toll. Ultra-Skiller immer, immer, ja, das ist das. Na, so. Schön. Ja, ja, jetzt hab ich mir wieder alles freigeschaufelt. Oh, dann hab ich mir mal, ja, weißt du, steht das Lied runter. Nein! Na, oh! Nein. Oh, das hätte ich erst gleich, dass wir jetzt landen können. Oh, abverkissen. Wiss ich gar nicht. Äh. Ja, ich glaub, dann beende ich hier die Aufnahme mal. Ah, ja, gut, ja. Ja, 20 Minuten ist okay. Ah, das ist gut. Gute Zeit. Ja, und dann hab ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Danke fürs, äh, Zuhören und, äh, Zuhucken. Schaut mal, schaut mal weit, der im Bereich sogar vorbei. Und beim Elevator auch. Also. Es ist nicht zu viel Werbung machen hier. So, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.